Entspannen und Wohlfühlen im Weinhotel Fritzwalter. Das Weinhotel hat viel zu bieten, weil Dieses Weingut setzt eigentlich in perfekter Form die Bedürfnisse der Gäste der Südpfalz um. Denn es lässt keine Wünsche offen. So kann zum Beispiel der Kunde die Schätze des Kellers nach Absprache mit der Hotelführung näher begutachten. Philipp Büchler, einer der beiden Kellermeister des Weingutes Fritzwalter, bringt dazu im Barrigfasskeller, dem Gast mit Anspruch auf Wissen, die hervorragende Qualität der Weine näher. Er erklärt, wie das Weingut Fritzwalter seinen Platz in der Oberklasse der Weinhersteller behaupten kann. Eine Kostprobe der durch Wissen der Generationen entstandenen und mit viel Zeit gereiften Barrigweine wird auch sie von der herausragenden Qualität dieser Weine überzeugen. Wünschen Sie einfach nur eine individuelle und kostenlose Weinpräsentation, ist dies zu jeder Zeit im Weingut Fritzwalter möglich. Die Mitarbeiter, wie hier Francis Kalfa, gehen dabei gerne auf Ihren Geschmack ein und beraten Sie über die Vielfalt der Weine. Auch liegt für Sie eine große Auswahl von Weinverpackungen bereit, die das Weingut gerne, gefüllt mit Ihren flüssigen Wünschen, an Ihre Freunde, Geschäftspartner und Kunden verschickt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017